So, ich habe das jetzt über Nacht gelassen. Heute heißester Tag des Jahres, draußen fast 40 Grad, hier drin gefühlt 50. Aber es hilft nichts, ich muss weitermachen. Naja, die Wände sind jetzt weiß, schaut frisch aus, könnte ein Büro werden. Aber ich will nicht, dass es ein Büro wird, es soll ein schönes Zimmer werden. Es soll ein schönes Zimmer werden, weil hier soll jemand rein, der uns später ganz alt am Herzen liegt. Und deswegen muss das Zimmer schön werden. Schön, jetzt mit ein bisschen Farbe. Hier haben wir schon eine Farbe hingehängt, die wir uns rausgesucht haben. Und zwar, die Farbe nennt sich Steinblaue Schönheit. Ein elegantes Blaugrau. Es ist eine Farbe von Alpina, die hat mir im Baumarkt ums Eck besorgt. Ich probiere das jetzt aus, wie das ausschaut. Wir machen damit alle Wände, aber nicht bis ganz unter die Decke. Wir wollen 10 cm unter der Decke noch weiß. Wir machen die später auch noch weiße Sockelleisten, dann schwebt dieses Blau so ein bisschen in diesem Zimmer. Da kommt noch weiße Wirbel davor. Wird super ausschauen. Das Problem ist, ich muss mir das abkleben, weil so perfekt kriege ich es dann auch nicht hin. Jetzt kann ich das hier nehmen, normales Krepp-Klebeband. Das hat allerdings die Eigenschaft, dass es sehr gut klebt und meistens mehr mitnimmt, als es mir lieb ist. Also bei mir zumindest. Wenn es bei euch anders ist, ist mir das recht. Aber es ist jetzt nicht unbedingt für feine Abkleben, wo ich danach eine scharfe Kante haben will, geeignet. Das ist zum groben Abkleben. Gibt es so Spezial-Tapes, so Frog-Tape und sowas. Braucht man nicht. Goldband aus dem Farbfachhandler tut es dafür perfekt. Das nehme ich genau für sowas, um Konturen abzukleben. Und das nehme ich jetzt dafür her. Und dazu gleich noch ein kleiner Tipp, den ich heute auch erst oder gestern, wo ich das Zeug geholt habe, auch noch gelernt habe. Wenn die Wand etwas rauer ist, meine sind sehr glatt, bin ich sehr dankbar dafür. Aber wenn die Wand etwas rauer ist, dann klebe ich das alles ab. Und wenn ich das alles abgeklebt habe, mit dem Pinsel hier und weiß, noch mal ganz fein über die Kante, über die ich streichen möchte. Und wo später genau ganz scharf sein soll. Nur ganz dünn mit der Farbe. Lass das kurz trocknen, weil die Farbe versiegelt es dann. Und dann kann ich hier mit meinem Blau durchjagen, bei dem ich hoffentlich bei dem schönen, sauberen Untergrund nur noch eine Lage brauche und nichts mehr streichen. Das ist aber ganz wichtig. Nicht erst warten, bis die Wandfarbe dann wieder in drei Tagen trocken ist und versuchen, das Klebeband dann wegzukriegen. Nee. Gleich abziehen. Solange die Farbe noch nass ist, weil dann ist auch das Weiß drunter wieder ganz leicht angesaugt. Und dann bricht das ganz sauber. Zumindest so in der grauen Theorie. In der grauen Theorie. So wurde es mir erklärt, ob das so funktioniert. Und vor allem bei mir, ob das so funktioniert, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich klebe das jetzt mal ab und dann streiche ich. Ich hole euch ein paar Mal mit rein. Jetzt habe ich wirklich genug gelabert. Das ist eine ganz schlechte Angewohnheit von mir. Los geht's! Das ist schon mal grandios schiefgegangen. Ich hätte mir hier mal ein bisschen besser anzeichnen sollen. Von vorne. Kurzes Update, warum ich es jetzt nicht mit Meterstab und Wasserwaage gemacht habe, sondern mir hier so eine kurze MDF-Leiste zugeschnitten habe. Und zwar hing das mit der anderen Ecke zusammen. Da habe ich angefangen, habe mir in der Mitte mal schön 10 cm angezeichnet, Wasserwaage hin, sogar mit dem Laser obendrauf, also wirklich 0,0 Grad. Linie gezogen und festgestellt, mir wird es schlecht, wenn ich das anschaue. Warum? In der einen Ecke, also in der Mitte hatte ich 10 cm, in der anderen Ecke hatte ich dann noch 9,5 cm und in der anderen Ecke hatte ich schon 11. Wo möchte ich mir wieder bei dem Thema wären, die Decken sind einfach nicht gerade, es ist ein Altbau. Deswegen, und weil es für das Auge schöner ist, finde ich zumindest, da habe ich mir jetzt hier so eine Abstandsleiste gemacht und kann mir jetzt damit, unabhängig von der Ungeradheit der Decke, immer schön anzeichnen, meine Bordüre oben. Und am Schluss merkt es keiner, weil das Auge sieht, die Kante und die Kante und sagt, hey, die sind ja parallel, also muss das alles im Wasser sein. Wenn ich jetzt natürlich einen Schrank mit genau 2,40 m davor stelle, werde ich sehen, dass die Linie krumm und bucklig ist. Ich habe aber keinen Schrank mit 2,40 m, also kein Problem für mich. In dem Fall ist mir mein Auge wichtiger, dass ich nicht in Ohnmacht verwendete, wenn ich das zusammen betrete. Also, fertig zeichnen, dann geht es ans Abkleben. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich habe fertig. Und das, obwohl ich streichen hasse. Aber wie ihr wahrscheinlich richtig vermutet, ich konnte es gestern Abend nicht mehr erwarten und habe sofort oben die Bordüre ab, also die Abklebung an der Bordüre weggemacht. Ich habe das natürlich nicht mehr gefilmt. Das war mitten in der Nacht. Oder später am Abend habe ich sie weggemacht. Aber bis zum nächsten Mal. Ich zeige es gleich mal. Also, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Und eine Sache hatte ich noch. Ich hätte gestern Abend. Ich habe fast noch einen Tobsuchsanfall bekommen. Ich habe gestrichen und gestrichen und gestrichen. Und dann schaue ich mir die Wand an. Die ist fleckig wie blöd. Aber ich habe es ein bisschen trocknen lassen. Es wird immer fleckiger. Oh mein Gott. Ich war wirklich kurz vor dem Tobsuchsanfall und wollte schon fast wieder weiße Farbe kaufen, um es zu überstreichen. Heute Morgen. Türe auf. Wunderschön ist es geworden. Traumhaft. Ich bin zufrieden. Mir gefällt die Farbe und es hat alles wunderbar geklappt. Jetzt habt ihr mir zugesehen, wie ich ein Zimmer gestrichen habe. Aber okay. Ich sage danke fürs Zuschauen, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Und wenn ihr es wirklich bis hierhin geschafft habt, schreibt mir in die Kommentare. Hashtag geschafft. Dann weiß ich auch, dass ihr das Video bis zum Schluss geschaut habt. Vielleicht schreibt mir auch einfach in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp, den ich vielleicht noch beim Malern lernen kann. Oder was ihr schon für Malerpannen hattet. Mich interessiert es einfach. Geht Spaß dran. In dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ganz wichtig. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ist es hier oder ist es da? Ich mache mal so. Abo nicht vergessen und die Glocke auch nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich röme jetzt hier auf. Und dann geht es an den Boden. Ich kann ja schon mal einen kleinen Sneak Preview machen. Darum geht es dann später um dieses schöne Holzimitat. Click Vinyl. Der soll hier rein. Und ich finde, farblich passt der echt geil. Jetzt habe ich genug. Tschau. Das ist voll geil mit dem Pinsel so rum zu zeigen. Den nehme ich jetzt immer mit in die Werkstatt. Da wäre man ganz wichtig zu zeigen. den Männern oder выглядern wir da Richtung Applenkampen.